servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal viele haben mich in letzter zeit gefragt was ich empfehlen würde wie man am schnellsten das t set fahren kann stand jetzt wenn man nicht raided und ich dachte mir da sich die anfragen geholfen hatten hauptsächlich über private nachrichten und so weiter und so fort dachte ich mir machen wir diesbezüglich noch mal ein kleines video denn die woche hat sich ein bisschen was geändert an der ganzen thematik deswegen würde ich sagen ist das schon noch mal wert sich das anzuschauen vorher beziehungsweise die prämisse ist ihr raided nicht mit dem char beziehungsweise habt maximal den lfr zur verfügung in sachenschwierigkeitsgrad und ansonsten nur die weekly vault wenn vorher hätte ich wahrscheinlich gesagt um möglichst viele chancen auf t set zu haben geht lfr und versucht da die token rauszuziehen und die dann stück für stück abzugraden mittlerweile hat sich die sache aber ein bisschen geändert und der grund daran ist dass wir jetzt uncapped valor points haben was die sache ein bisschen einfacher macht grundsätzlich würde ich jetzt empfehlen wenn ihr hängt ein bisschen von eurem item level ab aber ich sag mal wenn ihr egal ob hohes oder niedriges item level was aktuell eine sehr sehr gute variante ist zweier keys abzufarmen in der hoffnung dass da ein piece droppt denn die ab dieser woche wenn ihr mit eurem main jedes mal die quest gemacht habt und umgewandelt habt müsstet ihr jetzt vier aufladungen haben um alle vier t set teile zu bekommen lasst euch übrigens nicht täuschen ich habe damit blizzard drüber geschrieben weil ich dachte das wäre ein bug das ding hier zeigt nicht eure maximal verfügbaren aufladungen an sondern angeblich laut gm die anzahl von aufladungen die es gerade braucht um das item umzuwandeln ist absolut dämlich meiner meinung nach das war der wort laut des gms also nicht das mit dem dämlich sondern das zeigt nur an wie viel ihr gerade zum umwandeln bräuchte wieso weshalb warum i have no idea aber falls euch da angezeigt wird nur eins und ich habe doch noch gar nichts gemacht ihr könnt auch testen indem ihr weiß nicht eins umwandeln und dann müsste weiterhin da eins stehen aber das nur als kleiner exkurs grundsätzlich würde es sich nämlich jetzt lohnen da elf er auch nur weil ich um die 376 droppt zweier dungeons zu farmen hoffen dass die setteile droppen und dann wandelt ihr den bums um wenn ihr weiß ich schon zwei pieces habt die ein recht hohes item level haben oder drei teile whatever und ihr braucht noch ein viertes auch da würde ich empfehlen lauf zweier keys klar hat das ding dann nicht so höchste item level aber die chance dass ihr diesen einen slot bekommt ist relativ gering und in zweier keys ich habe das gemacht bei mir war es jetzt kein tee teil aber die feder zu farmen ich habe es jetzt endlich gekriegt und habe das ding von 376 auf 415 aufgewertet für die rachfeder brauchte ich 400 punkte pro level also 4800 stück das ist fast vergleichbar beispielsweise handschuhbraun 400 zum aufwerten hose und so 475 also in einem ähnlichen bereich bis man das teil dann erstmal hat hat man meistens genug weller das auf ein ordentliches item level abzugraden und ihr macht halt trotzdem weiß ich für zweier dungeons habe ich jetzt teilweise zehn minuten gebraucht wenn überhaupt also das war super super effizient und lässt sich dann auch für tset teile umwandeln da noch als tipp würde ich euch empfehlen schaut mal für jede eurer specks wo ihr das farmen wollt rein in den loot table a der schatten mond grabstätte denn wie ihr hier seht mit meinem schaman zum beispiel habe ich hier drei pieces drin kette droppt glaube ich handschuhe handgelenke und schultern oder brust meine ich also in der gesamten in die können für meinen verstärker drei items droppen und davon sind zwei tset teile potenzielle tset teile checkt das mal durch die alten innis haben in der regel sowas wie halt schatten mond grabstätte ich glaube hof der sterne hat teilweise auch einen relativ niedrigen loot pool für manche klassen checkt das einfach mal ab wo das für euch der fall ist und dann zum beispiel hier bei wildheit da würden für mich jetzt zwei items droppen wären das jetzt bei einem speck keine ahnung ein tset teil dabei stellt auf den loot spec wo ihr wenig am wenigsten loot bekommt und ihr erhöht eure chance das tset teil zu bekommen und das ist in meinen augen aktuell der effizienteste weg wirklich an tset teile ranzukommen wenn ihr jede woche eure quest gemacht habt habt ihr genug aufladung alle vier teile umzuwandeln lauft zweier dungeons ja die dinge haben nicht das höchste item level aber ihr schafft fünf bis sechs dungeons pro stunde mit einer guten gruppe kriegt gleichzeitig genug weller um den krams upgraden zu können und ich sag mal wenn ihr sowieso mit eurem gesamten char auf item level 390 seid oder so ist das mit den zweier dungeons noch effizienter wenn ihr jetzt 420 habt und dann kämen 376er item gut da würde ich vielleicht doch sagen geht ein bisschen höher aber so denke ich passt das schon und ja dann versucht auf diese art und weise euer glück herauszufordern und ansonsten wenn ihr dann die teile habt ihr zusammen braucht dann kann man immer noch ein bisschen höher gehen mit den keys um für die volt ein bisschen rein zu pushen und da ist dann halt auch die empfehlung seht zu drei keys so hoch wie möglich zu machen weil mir sind jetzt halt die restlichen nur super niedrig weil ich halt punkte gefarmt habe aber gefühlt ist die drop chance in der volt mit setteilen dieses addon ein bisschen höher meiner meinung nach also da kann durchaus auch was dabei sein damit dank fürs zusehen viel mehr kann man dazu nicht sagen also ich würde jetzt gerne sagen macht das und das dann habt ihr garantiert nach zehn stunden euer set voll dem ist aber leider nicht so die garantie habt ihr nicht mal mit wenn ihr redet auch nicht random und da ist jetzt so ist wenn ihr gar keinen rate habt und es kein perso loot mehr gibt würde ich auch nicht unbedingt empfehlen den rate zu laufen auch nicht random selbst wenn ihr ein clear kriegt es dauert teilweise weiß ich nicht mit randomsten ran zwei drei stunden je nach schwierigkeitsgrad ich glaube hc random ist ebenfalls noch sehr sehr schwierig überhaupt clear zu machen und am ende geht ihr mit null teilen raus da seid ihr im mythisch plus einfach deutlich effizienter unterwegs damit danke euch fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen